Hallo Leute, heute haben wir für euch 5 versteckte Botschaften in bekannten Filmen. Los geht's! Nummer 5 Anchorman, die Legende von Ron Burgundy Nachdem die Spannung steigt, besucht Veronica Corningstone, gespielt von Christina Applegate, mit anderen Frauen des Senders, ein mexikanisches Restaurant, um einen Streich auszuarbeiten, damit sie dem arroganten und sexistischen Ron Burgundy und dem Rest des Number One News Teams eins auswischen können. Das Restaurant, das die Frauen allerdings besuchen, das Escu Pimos Enso Alimento, bedeutet frei übersetzt, wir spucken in euer Essen. So kommt es, dass einer der lustigsten Gags des Filmes von vielen Kinogängern übersehen wurde. Weiter geht's mit der Nummer 4 Matrix Reloaded Normalerweise wird Autokennzeichen in Filmen keine große Bedeutung zugetragen. Anders in der Matrix Trilogie. Hier sind diese Kennzeichen nämlich eine Bezugnahme auf heilige biblische Schriften. Am Anfang von Reloaded sehen wir auf Agent Smiths Kennzeichen IS 5416, was sich auf Jesaja 5416 aus der Bibel bezieht. Für wahr, ich habe den Smith geschaffen, der das Kohlenfeuer anfacht und eine Waffe als sein Werk hervorbringt. Ich habe aber auch den Verderber geschaffen, um ihn unbrauchbar zu machen. Einen weiteren Bezug finden wir während der Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Trinities Cadillac Kennzeichen DA 203 bezieht sich hierbei auf Daniel 203. Und er sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was er bedeutet. Die Nummer 3 I am Legend Während der Jagd-Szene in I am Legend passiert Robert Neville eine Werbetafel, die an einem Hochhaus befestigt ist. Diese wirbt für einen Superman und Batman Film, der am 15. Mai 2010 erscheinen soll. Angesichts des Releases von I am Legend im Jahre 2007 hätte dieser Film Brandon Roof als Superman und Christian Bale als Batman gezeigt. Scheinbar beinhaltete I am Legend einen versteckten Hinweis von Rana Brothers, da der Film tatsächlich am 24. März diesen Jahres in die Kinos kommt. Zwar fast 10 Jahre später und ohne Christian Bale und Brandon Roof, aber hey, besser zu spät als nie. Weiter geht's zur Nummer 2 Cloverfield Am Ende des Films Cloverfield suchen Rob und Beth zur Flucht vor einer Kreatur und einer Brücke. Momente später begräbt ein Luftangriff das Paar unter den Trümmern der Brücke, die vermutlich auch das Cloverfield-Monster töten. Im Abspann hat der Filmemacher Matt Reeves eine kurze, 5 Sekunden lange Audiodatei eingefügt. Die Aufzeichnung besagt eindeutig Ein Indiz dafür, dass die Kreatur in dem Luftangriff nicht getötet wurde. Doch diese Audiodatei ist nicht die einzige versteckte Nachricht in Cloverfield. Der Film beinhaltet nämlich noch 3 versteckte Frames von 3 klassischen Monsterfilmen. Them, Panik in New York und King Kong. Kommen wir zur heutigen Nummer 1 Fight Club Tyler Durden offenbart, dass er bei seinem Job als Filmvorführer absichtlich Bilder von männlichen Genitalien in die Filmrolle einfügt, was nahezu unbemerkt von Filmbesuchern blieb. Für den Film Fight Club startete der Filmemacher David Fincher einen ähnlichen Versuch, nur dass er zu einem Penisbild noch 4 weitere kurze Bilder von Durdenits Bild einfügte. Fincher beabsichtigte mit diesen unterschwelligen Bildern zu zeigen, dass unser Held Tyler Durden nur in seinem eigenen Bewusstsein kreiert hat, so dass an diesem Punkt schon deutlich wird, dass er nur im Bewusstsein des Erzählers existiert. Außerdem ließ Fincher die Wendung der Geschichte an mit einem dezenten Hinweis am Münztelefon, das der Erzähler benutzt, nachdem seine Wohnung zerstört wird. Dieser lautet wie folgt, keine einkommenden Anrufe erlaubt. Kurze Zeit später ruft Tyler Durden aber auf das Münztelefon an. Faszinierend, findet ihr nicht auch? Falls ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben oder aber auch es einfach nur teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!